Musik Es waren mal die ganz, ganz geheimen Angelstellen, die sind so ganz geheim, die schützt niemandem sagen. Rate mal, wer heute einen richtig guten Blowjob bekommt. Du nicht. Puh, warm ist es. Also ich habe hier das Bernsteinzimmer für Angler entdeckt. Da geht mir gerade mal das Klappmesser hoch. So geil finde ich das. Und die Freunden drehen kommen mir auch schon fast. Und ich will euch das mal zeigen, wie geil das ist. Und ja, ich bin irgendwie begeistert. Und ich werde mir was aussuchen. Das zeige ich euch dann später in einem Unboxing-Video. Aber jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang. Let's go. Musik Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz geheim. Ich würde es niemandem sagen. Ja, da fahren wir jetzt hin.